ich begrüße euch zur auflösung des gewinnspiels ihr seht ja hier das winter gewinnspiel ja das ist jetzt vorbei seit gestern 23.12 war der schluss und heute haben wir den 24.12 also ich wünsche euch erstmal schöne weihnachten bevor ich hier anfangen richtig anfangen wir haben ein paar kommentare bekommen insgesamt 38 nicht ganz so viele teilnehmer ich habe mir die ganzen teilnehmer von den einzelnen spielen rausgesucht weil überraschung wir verlosen nicht nur ein spiel wir verlosen alle drei spiele aber nur unter denjenigen die halt die sachen dazu geschrieben haben portal 2 wollte die meisten limbo nicht ganz so viele und the binding of isaac wollte die wenigsten jetzt muss ich dazu sagen ich habe hier eine seite offen random.org ich habe das mal nie gemacht ich werde es jetzt so machen ich werde die leute aus der liste raus kopieren also hier schön alle raus kopieren werde die kopieren und dort drüben einfügen dann haben wir jetzt alle hier drin gut und ich werde immer den obersten nehmen derjenige obendran ist hat gewonnen wird noch per nachricht informiert und ja dann wollen wir doch glatt mal anfangen gleich hier ich drücke euch allen die daumen ich drücke jetzt und der glückliche gewinner ist xx volumen ja voluminis xx herzlichen glückwunsch du hast portal 2 gewonnen ähm ja genau also du wirst von mir angeschrieben wichtig ist ja eben der na mensch geht doch weg äh wichtig ist ist der steam account also xx du hast gewonnen du hast das erste spiel gewonnen ähm ja jetzt erstmal die ganzen leute hier wieder raus ich muss mir das erstmal notieren notieren äh notieren hier hier wo ist er denn hier da schreibe ich jetzt dahinter gewinner so dann weiß ich das als zweites gehen wir gleich mal weiter zu limbo wieder raus kopieren und dort drüben einfügen so wieder alle drin da wie gesagt nicht so viele portal wollten die meisten und auch hier ich drücke euch die daumen erster oben gewinnt wieder so und der glückliche gewinner ist x disconnected herzlichen glückwunsch du hast ähm was war's limbo gewonnen gut dann will ich das hier auch mal reinschreiben ist zwar echt blöd jetzt hier so aber ja besser wäre besser ich notiere mir das wie wenn ich nachher irgendwie die hälfte vergessen muss ich jetzt erstmal hier wieder zurück und die leute wieder raus löschen so und zu guter letzt äh the binding of isaac so da waren es nicht ganz so viele machen wir es wieder so und hier so so gut dann zu guter letzt noch hier viel glück und der gewinner ist the grey lord the grey lord herzlichen glückwunsch du hast du diejenigen wo gewonnen haben herzlichen glückwunsch viel spaß mit dem spiel ich schreibe euch an ich brauche euren namen ähm jetzt kündige ich noch was an und zwar im neuen jahr werde ich oder wird es wieder verlosen geben und zwar wieder spiele wir werden nicht damit aufhören also alle diejenigen wo nicht gewonnen haben nicht traurig sein ihr könnt beim nächsten gewinnspiel wieder mitmachen ähm ja ich hoffe ihr nehmt sonst nicht übel ich hoffe ihr habt schöne weihnachtstage und würde sagen bis nach den feiertagen macht's gut schaltet wieder ein ciao